Willkommen zurück zu deines USA to Extreme Legends! Weiter geht's mit der Verteilung von Yong An! Und ganz ehrlich, ich hab total vergessen, was das hier für ne Schlacht war! Shu gegen Wu, wir übernehmen die Wu-Truppen diesmal! Hab's total verdrängt! Machen wir's mal einfach! Nehmen wir Wu-Offizier! We hatten wir noch ein Dingfang, wär interessant zum Beispiel! Hab jetzt grade Bock auf Dingfang! Lumeng natürlich immer! Und er wäre noch interessant... Luxun vielleicht... Ne, hatten wir schon oft genug! Handang wär auch ganz cool! Handang wurde Dingfang, komm Dingfang, ich hab grad mehr Bock auf ihn! Herr Kreisklingel, blitzender Windgott! Mit Zyklon! Sie verursern selbst beim Block in einem feinen Schaden! Und dann mit Zyklon 10, richtig genial! Je niedriger er die Gesundheit ist, desto stärker wird der Angriff! Also bei ihm läuft! Königshandschuhe, weil er bei DICE 27 auch die Handschuhe hatte! Haben wir die nicht mit Erde? Natürlich! Warum hat der Mensch ausgerüstet? Wie dämlich! Hat es Jubel oder was? Nö! Nur wegen Erholung oder was? Aber das hat Sumpf! Sumpf ist auch geil! Verlangsamt die Gegner! Kannst du jetzt Angriff... Ja, Angriff und Verteilung! Ist gut bei ihm! Kleidung? Kleidung? DICE 27 Kostüm? Hm... Wobei? Ich find das jetzt eigentlich scheiße! Komm, DV7! Das sieht doch viel geiler aus! Ah ne, da hat er graue Haare! Das gefällt mir nicht! Soll ja kein OP hier sein! Das find ich gut! DICE 27 Kostüm ist ja auch hier bei DINFAM besser! Aber in der Regel sind die DV8 Kostüme halt besser! Naja, okay! Schauen wir uns mal diese Schlacht an! Total verdrängt! Level 113 nur! Naja, egal! Kriegt ja schon hin! Bin ja nicht der schlechteste DV-Spieler, wie ihr wisst! Gut! Gut, gut, gut! Sehr sehr gut! Sehr sehr gut! ChengGong! Jawohl! Das war offiziell im vorletzten Part mit ChengGong wieder richtig abgegangen hier! Sein Illusions-Assassin! So, wir sitzen jetzt hier aus! Ah! Die Schlacht war das! Total verwechselt einmal! Ich hab den letzten Part gesagt, das war die Schlacht mit, äh, wobei mit Qin die ganzen Rett mussten, DangGong und so! Aber das stimmt ja gar nicht! Das ist ja diese Schlacht! Jetzt weißt du ja, wo Liu Shan da verteidigt werden muss mit den ganzen Wut-Taktiken! Oh ja, das ist interessant! Das ist cool! Hab ich mal gespannt! Eigentlich war noch die Wut drum total im Vorteil! Na gut! Liu Shan, Yuying, Qingzai, Zhang Yi, mehr nicht! Das sieht einfach aus! Ja mal los! Oh, jetzt hab ich gar nicht die Leibwächter ausrüstet, ne? Zhuge, passt! Zhufang! Ja okay! Sungxiyang! Ja doch! Das ist eigentlich okay! Sungxiyang war ja der Nachfolger von Sungquan! Und Zhugeke! Deswegen! Das passt gut! Puh! Weil da war Dingfang immer noch dabei! Auch bei Sungxiyang! Das hat ihn doch gedient! Den Wut drücken! Was ist denn hier los? Wo kriegt denn das Tor auf? Besiege ich hier schon fast jeden? Seht ihr alle besiegen damit es aufgeht? Och komm dein Ernst! Tatsächlich! Ich bin bescheuert! Ist das nicht gereift wenn ich da nur ein Torwächter so besiegen muss? Ich war da ein Torwächter und ich hab's wieder nicht gesehen hier! Alter der Schaden! Er kann sich sehen lassen, ne? So jetzt hier Oldschool Dingfang! Ja! Macht alles mit links hier! Mit den Händen! Mit bloßen Händen erschlagen! Geil man! Ja ging nicht gut weil er Waffenforte hatte! Der Gegner! Deutsch young man! Geht's auch nicht! Mit den Händen! Ey seine Moves! Boah geil! Mit der Explosion! Jetzt ist der Move endlich mal brauchbar! Weil im DVC hab ich ihn so ein bisschen gehatet! Weil da nichts dahinter gesetzt wurde! Und da fand ich das bisschen schlecht! Aber jetzt mit der Explosion noch? Da! Das ist neu! Das ist cool! Äh echt jetzt spielbar mit der Waffe! Früher fand ich ihn ein bisschen schlecht! Fangen wir mal lieber die Handschuhe genommen! Muss man ihn glaub ich mit zwei gleichen Affinitäten spielen weil es halt nur die fünfte Waffe gab! Jetzt fühlt das wieder anders aus! Ja und meine fünfte Waffe war irgendwie Schutz oder so drauf! Dass man halt oder wie heißt das? Iron Wall? Ne! Keine Ahnung dass man mit zwei gleichen Affinitäten spielen soll! Und das ist die Abwehr erhöht! Wenn man was tut! Gut! Ähm Luxiang! Luxiang! Du wirst jetzt Stern gehen! Oder auch nicht! Ist einfach mal die Fallschung getroffen! Geil! Ich bin immer noch den hier am besten! Du kannst escape-meh! Du kannst escape-meh! Puts! Jaa fetzt halt alles weg! Mach jetzt nicht auf den einzelnen Gegen- um die Schammer, jetzt fetzt alles weg! So jetzt kommen endlich mal die Handschuhe zum Einsatz! So, du denkst, du kannst es abwehren? Denkst du? Einfach mitgenommen hier und... Down! Was? Was ist jetzt denn los? Achso, Wutausbruch, naja. Oh, jetzt nicht. War eh schon tot. So, jetzt gehen wir entweder hier in den Süden, in den Südwesten oder noch. No, ich denke, wir clean jetzt. Das hier ist gerade. Ja, hier ist auch ein Torwächter, war bestimmt einer. Oh, ich hab's nicht übersehen. Ah, die nerven mit ihren Schildern, aber zum Glück kann man die... Man, man, oft genug gegen schlicht. No problem, guys. Das ist auch nur extra Rüfte. Packt da den einfach und schmeißt den in ne Menge. Naja, geht ne. Besseres. Zum Beispiel der hier. Mit der Bomben. Bombenstimmung. Nee, das war der ja gar nicht. Egal. Sag mal, hallo, öffnet doch mal das Tor. Ah, Sesam öffnet dich, hm? Na, geht doch. Und rein in ne Menge mit dir. Auch geil ist dieser Musu-Angriff. Schmeißt dann dieses Chakram einfach mal im Boden. Äh, im Boden. Und die bleiben da alle hängen. Sehr, sehr geil. Oh, nee. Ne, Madai ist da. Jetzt will er natürlich auch so'n Quan vorrücken. Mit Rayyan zusammen. Deswegen sollten wir gleich mal kurz zurückgehen. Unsere Lord retten. Ah, Changi ist schon mal... ...Geschichte, oder? Ja. Super. Super, super, super. Jetzt sollten wir zurückgehen, ne? Ja, wobei, ich möchte den da unten noch besiegen. Sonst kann man da schlecht wieder hin. Ja, egal. Kriegen wir ihn. Vor allen Dingen werden die da oben ja auch aufgehalten, sehe ich gerade vor irgendwem. Das heißt, den Mann hier einfach weiter. Ich hoffe, die halten ein bisschen durch. Die Moral ist ja jetzt gerade ausgeglichen. Das heißt, wenn ich noch vielleicht jetzt noch einen gegnerischen Offizier bärsche. Muss die Moral eigentlich unseren Gunsten sein. Mach doch den Torwächter hier gepaart. Geht doch. Und reinwerfen das Chakram. Interessant, dass er jetzt trotzdem wieder eins in der Hand hat, ne? Obwohl das da die ganze Zeit noch im Boden ist. Ciao, Joe! Und... Ah, der ist nervig. Ah, der ist so nervig, der Typ. Komm mal einfach Waffen wechseln, sonst sind wir nicht wieder im Vorteil. In Wegen, du fühlst dich cool, ne? Weil du jetzt im Vorteil bist. Denkste? Einfach wenn ich spieß umgedreht. So! Dämmen würde ich sagen. Gehen wir jetzt in die andere Richtung. Ja, jetzt sacken die schon. Na, komm! Wissen wir, was wir machen? Wir jumpen runter. Und räumen das Feld von Nintendo auf, kann man sagen. Wo Moral gestiegen? Jetzt ist die Moral eigentlich zu unseren Gunsten. Hauptquartier ist offen, wir müssten das gar nicht weiter machen. Wir werden trotzdem nur alle besiegt von mir. Aber ich möchte jetzt erst denen da oben helfen. Nicht, dass die da durchbrechen. Nein, Suran! Bitte noch durch. Nichtsens. Eine Minute noch. Eine Minute müsste echt nur durch haben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Suran, Suran, Suran. Bitte. Bitte, Brigitte, mach das doch heute noch ein bisschen durch. Yes. So. I will help you, bro. So, die werden jetzt hier einfach festlegen. Das ist auch schön. Da hängen sie fest. Ich kann einfach draufkloppen und entfesselt man hier den Wutausbruch. Der immer noch scheiße ist, wurde gemerkt. Der war schon echt immer Kacke beim Chakram. Alles egal. Es ist egal. Er hat trotzdem guten Schaden gemacht. Au, 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 au. Oh, ich will den zweiten Musu hier. Bäm! Alta! Der Schaden! So, jetzt mal die. Mit Waffenvorteil, wie wir's? Was macht denn jetzt hier noch? Gut, noch Verstärkung, Joutong. Hula von Pantong oder was? Nee, Quatsch, ich weiß nicht, was mit ihm ist. Nee, egal! Mann, da ist die größte Gefahr, der muss jetzt immer weg. Und... Da! Und... Schiss, Mann! Weg ist er! So, und Zhao Tong sollte wirklich das geringste Problem sein. Oh, Waffe einmal kurz wechseln. Das hat ja doch ein Waffenvorteil. Ui, wurde besiegt. Yo, jetzt räumen unsere Verbündeten schon hier auf. Ja, guckt euch diese Moral an. Der Balken ist ja fast ganz blau. Also, jetzt können die Verbündeten auch die Gegner besiegen. Nur einer gestorben auf der Seite, wo du wirst, gefällt mir. Hoffentlich bleibt's so. Nehmen wir noch hier die Russe und die Axel-Skriegs-Gottes mit. Sehr, sehr geil! Es läuft! Und wie es läuft! Die Nase läuft! Echt, es läuft wirklich sehr, sehr gut. Xiu Jing... Xiu Jing ist seine Freundin. Xinsai und natürlich bei Liu Shan. Die beiden... Liebespaar, ernsthaft jetzt. Da lief doch was zwischen den Malen. Könnt' da mir doch nix erzählen. Na komm, wir besiegen ihn doch gerade, Liu Jing. Zerpart schon wieder so kurz, man. Wollen wir doch nicht. Immer nur so'n 10 Minuten Part. Das will ich nicht. Toll! Danke, Jo Fang! Ich liebe dich! Toll! Soviel zum Thema, Liu Jing. Ich will euch sagen, wir werden erstmal die Sazis hier besiegen. Das machen wir hier nebenbei den ersten Musu nehmen. Der räumt hier schön auf. Bam! Und nochmal das Ganze, wenn die sich gesammelt haben. Erster Musu. No one can escape! Und jetzt einfach nochmal den zweiten Musu. Bam! 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 Und jetzt nochmal die Bomben. Zack! Dieser Schaden, Dingfang hat doch nen Schaden. Schaden, Raid, staunen bisschen ab. Wenn ich seine Freunde vergewaltigt habe. Und ich denke das war's. Ja! Ja! Besser hätte man diese Schlacht nicht malen können. Das war schon echt nicht schlecht. Victory für Wu! Wuhu! Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum! Supergeil! F- führung F- führung 5- 14. Okay. Das war diese Schlacht. Ja! Okay! War als nicht spektakulär, war doch immer auch nicht schlecht. So mitteln Maß, ne? So eben nicht! Und jetzt geht's weiter mit dem letzten Konflikt auf der Wu-Chang-Ebene. Das war ja, was wäre passiert, wenn gar keiner von den legendären Kriegern Schuss und Weiß gestorben wäre. Und diesmal werden wir auf der Seite der Weih-Armee spielen mit Shao Du und Shao Yuan und so weiter und so fort. Sehr geil. Gut, ich denke, Finsi Rote Hase wird nicht gehen. Genau, das heißt, im nächsten Mal gibt's schon die allerletzte Schlacht der optionalen Schlachten der Shoe-Story. Gut, Daumen hoch, wenn's gefallen hat hier. Verteilung von Yongan. Falls nicht, hört's mir gerne favorisieren an, ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei der Wu-Chang-Ebene-Winner. Sehr spannende, gefährliche Schlacht, auf jeden Fall. Ich wünsch euch einen schönen Tag, bis dann, tschau und danke fürs Ansehen. Haut rein!